Hier haben wir das Hotel für Plus Vierstattel. Das ist genau in der Mitte, um die Ecke von der Partymeile. Die Hotels haben aber leider auch noch nicht geöffnet. Es ist noch ein bisschen zu früh. Schön groß. Und hier vorne geht es dann direkt zu den ganzen Bars, Restaurants, Cafés, Diskotheken. Da kann man schön mitten rein gehen.